Dann wissen wir zumindest die Ränke. Ich denke mal Silber oder sowas. Nachdem spielen wir nochmal eine kurze Pause. Ne, wir haben noch zwei Spiele jetzt. Ich hab jetzt gerade wieder eine neue Folge angefangen. Ich muss uns nochmal ganz schnell auf Klo dann noch machen. Ach was, ich auch. Aber egal. Die zwei Spiele haben wir jetzt noch durch. Du hättest es vorher gesagt. Ja, ne, alles gut. Können wir machen nachher. Klar. Na, siehste. Das Spiel abgebrochen. Da kann ich jetzt gleich nochmal schnell gehen. Ich komm echt auf den Schlafstuhl oben. Ja, ja. Mal kurz kurz. Pippe Pause. Sofort wieder da. Mal kurz kurz. Vielen Dank. Vielen Dank. Weiter geht's. Alle da? Ja. Kev? Das war wahrscheinlich auch noch mal auf Klo. So. Jetzt, okay. Dann nächstes Spiel. Ja. Ich wünsche Gott. Das sind diese Vorschläge von den PSN, von den neuen Namen. Der hat seinen PSN-Name geändert, hat den Vorschlag gekriegt. Das heißt, er hat ihn jetzt verwöhnt, Nougat. Da kommen immer lustige Dinge raus. Ich weiß nicht, was der PSN sich da liegt. Das ist der PSN-Name. ist er glaube ich oder so der sein dass die tiefen eigen ausgedacht aber nur grad ist die tiefen definitiv ein vorgeschlagener von namen auf dem psn ach komm es war kalle ja aber sonst würde ich vielleicht ja nur wo der geht vor kommt der in die richtung geht klagt mich doch der alter passt doch auf der wird durchgewicht durchgewiesen ach der kippe zum kotze geil ich hatte fast gehabt ich hatte versucht ihn rauszuspielen aber da war direkt einer nicht zu toll ja nein 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 wohnen reingeschoben dass wieder solche dinge ist reingewirkt da irgendwie baby hat mich da unglücklich einrhythmus man schau es kommt ein schneller vor als man selber ist ok der könnte fallen der snackt den da oben noch weg das ist zum kotzen irgendwie was hat die man mehr auf dem platz sie gefangen die dinger vorne ab und sofort sind so viele vor uns im tor das doch mal an drei mann um mich rum schade marcus natürlich fällt er ein es es auch 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 jetzt ist es sofort daher wir haben nur einen immer noch da hinten und drei manche mit den vorderen wenn sie 45 leute werden kaum wenigstens ein tor der zählt nicht das will das spiel nicht wie sagt er lieber der fällt dann doch nicht rein gold 3 sind wir du ich war ich nicht noch gar nichts wir haben noch ein spiel für uns ach so na gut das ist ja schon einmal ich war nicht nur wie das sieht steht oben neben der namen links würden schäfer die mir ranglos 9 von 10 spielen gespielt man was dagegen so leute verlierst du dann spielfrau ist klar kommt das ein spiel noch gewinnen dann haben wir sieben oder so gewonnen wieso erwische ich den nicht mit damit Der fängt sich den ab, hier. wächter mit raus weit raus wie sein irgendwie werden sie sich dann noch gehen das ist schön schön ja Oh, schade. Boah, geht's immer auf den Sack. So, nochmal. Komm, jetzt irgendwie muss er mal... Oh, jetzt fällt wieder einer bei uns vor das Tor. Rains-Tor, ja. Das gibt's doch nicht. Der geht vom Pfosten und weg. Das ist genau das, was ich meine. Hey, du hast jedes Mal die Chance davor. Du kriegst die Dinger nicht rein. Marco scheitert unten am Pfosten. Der springt raus, was passiert. Der fällt dem natürlich vor die Füße. Ah, ist das zum Kotzen gerade. So was wollte ich. Sorry. Ja. Nee, 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 nee. Das ist nicht wahr. Der steht doch bei uns vor dem Tor gerade noch. Und trotzdem kriegt er den irgendwie noch gedreht, gerettet. Schön. So, jetzt muss der irgendwie mal da rein, ey. Das gibt's doch nicht. Ja. Mein Gott. Befa dient der Ausgleich. Ja, das ist es halt, ne. Bei dem wäre dann irgendwie noch mit dem Tor gesprungen oder so. Naja, gut. Kann ich mal ja... Warum? Zu Hölle. Mit ordentlich Tempo. Könnte sein, dass der volles Tor geht. Jetzt. Aber keine Vorlage. Herzhaft. Weil der Astrein kam doch wohl hier. Aber ich krieg keine Vorlage für die Kacke. Naja. Vorsicht. Das Ding geht mir auch nicht. Ah, Mann. Sorry, ich hab's versucht noch irgendwie. Mist. Er geht mal in die eine Richtung. Sorry. Nicht schlimm. Komm, einer von euch. Scheiße. Okay. Okay. Ich koch. Wir gehen. Okay. Ich fixede Очень. wieder so ein ding ich wollte eigentlich abwehren aber der ist weg in richtung zu verfehlen das ist halt wieder so ein spiel ist einfach verschenkt was die chance nach vorne und hier sehe ich bin gold ich bin silber silber 1 ich habe keine ahnung ich weiß auch nicht warum ich selber bin drei oder vier wahrscheinlich war keine ahnung hätte ich gewertet egal ja Ja.